Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Oh, schön, dass du den Kanal wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dich zu sehen. Also, wollt nur noch mal sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und gibt meinem Papa einen Daumen hoch. Tschüss. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Ach ja, eher ist eine Menge los. Schaut mal her, die Tür ist auf. Das gibt es ja gar nicht. Aber das ist nur für das Reinigungsteam. Da gehe ich nicht rein. Das ist nicht erlaubt. Seht ihr es? Die putzen sogar die Schilder. Wahnsinn. Achtung, jetzt fährt er rein. Die haben gerade eben draußen die Laternen geputzt. Ach, Europapark. Wir warten auf dich. Da seht ihr die Füße. Der putzt das Schild. Okay. Was kommt jetzt als nächstes? Lasst euch überraschen. Aha. Okay. Mindestens schon drei Wassereimer hat er gebraucht, um dieses eine Schild zu putzen. Okay. Ah, schaut hier. Okay. Der Laubsauger ist unterwegs. Und ihr werdet gleich sehen, auf der linken Seite, die fegen das ganze Laub über den Herbst-Winter weg. Der Europapark baut sich auf. Er richtet sich für uns. Was ist das nicht? Schön. Achtung. Was kommt jetzt? Schaut mal her. Ach, guck mal. Sogar im Europapark werden die Sachen geputzt. Haja, das war ja jetzt monatelang dreckig. Beziehungsweise der Witterung ausgesetzt. Viel Spaß mit dem Video. Bleibt bitte gesund und passt auf euch auf. Martin. Martin.